Entschuldigung, ich habe ein Problem mit meinem Sandwich. Entschuldigung, ich habe ein Problem mit meinem Sandwich. Oh, es tut mir leid, das zu hören. Was stimmt nicht damit? Ich habe ein Problem mit meinem Sandwich. Oh, es tut mir leid, das zu hören. Was stimmt nicht damit? Ich hatte um ein Sandwich mit Truthahnbrust auf Weizenbrot mit Salat, Tomate, Gurke, Käse, Mayonnaise und Senf gebeten. Aber das hier ist Schinken auf Weißbrot mit Zwiebel, Gurke, Jalapeno, Ranch-Dressing und Barbecue-Soße. Ich hatte um ein Sandwich mit Truthahnbrust auf Weizenbrot mit Salat, Tomate, Gurke. Oh nein, das ist ein großer Fehler. Es tut mir wirklich leid. Wir müssen Ihre Bestellung mit der von jemand anderem verwechselt haben. Oh nein, das ist ein großer Fehler. Es tut mir wirklich leid. Wir müssen Ihre Bestellung mit der von jemand anderem verwechselt haben. Nun, das ist nicht akzeptabel. Ich habe für das bezahlt, was ich wollte. Nicht für das, was sie mir gegeben haben. Nun, das ist nicht akzeptabel. Ich habe für das bezahlt, was ich wollte. Nicht für das, was sie mir gegeben haben. Ich verstehe Ihren Ärger. Bitte akzeptieren Sie meine aufrichtige Entschuldigung. Wie kann ich es wieder gut machen? Ich verstehe Ihren Ärger. Bitte akzeptieren Sie meine aufrichtige Entschuldigung. Wie kann ich es wieder gut machen? Ich hätte gerne eine Rückerstattung für dieses Sandwich und ein neues, genau so, wie ich es bestellt habe. Ich hätte gerne eine Rückerstattung für dieses Sandwich und ein neues, genau so, wie ich es bestellt habe. Natürlich. Das ist fair genug. Hier. Lassen Sie mich Ihnen Ihr Geld zurückgeben. Und ich mache Ihnen sofort ein neues Sandwich. Es wird nicht lange dauern. Versprochen. Natürlich. Das ist fair genug. Hier. Lassen Sie mich Ihnen Ihr Geld zurückgeben. Und ich mache Ihnen sofort ein neues Sandwich. Es wird nicht lange dauern. Versprochen. Danke. Das schätze ich. Danke. Das schätze ich. Danke. Das schätze ich. Gern geschehen. Und nochmals. Es tut mir sehr leid für die Unannehmlichkeiten. Ich hoffe, Ihnen schmeckt das Sandwich dieses Mal. Ich hoffe, Ihnen schmeckt das Sandwich dieses Mal. Ich auch. Aber können Sie bitte die Zutaten überprüfen, bevor Sie es einwickeln? Ich möchte keine weitere unangenehme Überraschung erleben. Ich auch. Aber können Sie bitte die Zutaten überprüfen, bevor Sie es einwickeln? Sicher. Kein Problem. Ich werde alles noch einmal überprüfen und sicherstellen, dass es genauso ist, wie Sie es möchten. Danke. Und könnten Sie mir auch einige Servietten und einen Strohhalm für mein Getränk geben? Danke. Und könnten Sie mir auch einige Servietten und einen Strohhalm für mein Getränk geben? Natürlich. Hier sind Sie. Sonst noch was? Muttalba. Haa hiya. Helhuna ke şey an ahar? Natürlich. Hier sind Sie. Sonst noch was? Nein. Das ist alles. Danke für Ihren Service. Nein. Das ist alles. Danke für Ihren Service. Gern geschehen. Danke, dass Sie sich für Subway entschieden haben. Haben Sie einen schönen Tag. Gern geschehen. Danke, dass Sie sich für Subway entschieden haben. Haben Sie einen schönen Tag.